Nehmen wir so mit. Aber da werden wir noch zu kommen. Geiles blaues Auto. Moment mal. Das habe ich doch jetzt auch nicht durchsucht, ne? Nö, natürlich nicht. Honk. Ist nur Kaffee drin. SAD Set. Immer noch Musi am Laufen. So, und hinter dem Hügel erwartet uns die Zukunft. Und was? Keine Ahnung. Ein paar Hügel. Ein paar Gassen. Ein paar Straßen. Die Monegassen. Ja, es war ja jetzt letztens, ebenfalls hier letztens, der Monaco Grand Prix. Komm, jeder schickt immer noch. Recipes, Crossbolt, volle Lotte. Danke schön. Nehme ich, danke. Und im Vorbeilauf bin ich gehämmert. Sekunde. Das schickt. Jetzt darf ich dich treffen. Vitamine. Use them wisely. Dann wächst es. Komm, auf 104, 105. Gib mir einfach nur das, was ich brauche. Meine Gesundheit. Meine Wellness. To be well healed. Also das sieht hier voll nach langweiligen Folgen momentan aus. Ich muss am Rennen irgendeinen Scheiße machen. Oh, der 600er. Wie geil, 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 geil. Wie viel habe ich denn hier drin? Äh, deutlich weniger. Assemble ich mal. Weil diese 600er hat 464 gegen 430. Dankeschön. Das finde ich aber nett von euch. Mutti, wenn du was willst, stell dich hinten an, ne? Ein Willen nach dem Eich. Ach, komm. Boah, 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 boah. Sag mal. Ruhe jetzt. Ich wollte aber auch keine Ruhe geben, ne? So, gut. Da. Oh, cool. Waren wir noch nicht? Habe ich richtig gemacht. Ist das wieder so ein klitzekleines Vorörtchen? Oder ist das eine etwas größere Stadt? Wie ich ja natürlich hoffe. Wie ich jedes Mal hoffe. Du kriegst so ein. Du kriegst ebenfalls so ein. Bloti, dooti, du. So, die Pain. Bin ich denn satt genug? Gerade mal gucken. Ja, irgendwie nicht. Dann nehme ich mal die Pain-Killers. Use them wisely. So. Was haben wir denn da? Das könnte wieder so eine kleine Zwischenstadt sein. Der 260er. Was passiert denn da? Oh, da fällt gerade das Haus auseinander. Das finde ich aber gar nicht schön. Ich muss mal schnell dahin. Wenn das Haus jetzt komplett hier dicht macht. Oh, Alter. Oh, Alter. Was geht? Jetzt ist aber gut hier. Oh. Und Milliarden von Zombies. Alle auf einmal. Die bringen mich jetzt hier voll zum Ruckeln. Wer hat... Wer bitteschön hat dieses Haus zum Einsturz gebracht? Ja, da fällt jetzt alles. Oh je. Guckt euch das an. Oh je, Mini. Oh, jetzt fällt er wieder an. Oh, das ganze schöne Haus. Also es ist natürlich sehr schlecht gebaut worden. Da brauche ich ein paar Fotos von. Oh, Junge, Junge. So. Ich glaube, das war's. Ja, es ruckelt nicht mehr. Und das ganze Haus ist einfach nur noch hinüber. So, mache ich die jetzt alle platt? Ach, komm her. Da führen wir die erstmal in Versuchung. Ja, wie ist denn das Haus hier kaputt gegangen? Sag mal. Das ganze geile Lootzeug. Einfach weg. Das hier... Oh, oh. Ja, da stelle ich mich jetzt nicht drauf. Das sieht so scheiße aus. Wenn ich da jetzt draufgehe, dann knallt das ebenfalls. Guckt euch das ganze Lootzeug an. Einfach piepschen noch einmal. Was ist denn da schief gelaufen? Hier. Da. Der Hammer, oder? Leather tanning. Take. Oh, wie geil. Hätte ich da jetzt nicht reingeguckt. Bitte, bitte, bitte. Yes. I can do it now. Jetzt, meine lieben Freunde, seid ihr nicht mehr für mich zuständig. Das klingt furchtbar hier. Scrap. 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 Boah, da ist das ein Lärm hier. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Ach, Alter. Gut ist. Gut ist. Okay. Ausnehmen. Ah, viel ist ja nicht drin. Das Blästlein nehmen wir auch noch mit. Die hat noch was zu fressen. Warte mal. Recipes. Crossbolt. Boah. Boah, boah, boah. Eat. Und nochmal Eat. Da kommt noch einer. Komm, mein Freund. Komm, 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 komm. Dankeschön. Habe ich jetzt alle erwischt hier, die hier rumlagen? Ich glaube, ja. Ach, hier war noch was drin. Was war denn? Ach nee, der wollte ich nicht. Den Scheiß. So. Jetzt ist wieder Friede. Also, wir können tatsächlich hier alles wunderschön looten. Ach, den Rock habe ich. Nee, das nehme ich nicht. Das ist ja ein Knaller hier. Pick up the Rock. So, den hatte ich nämlich jetzt gelootet. Da war das Büchelein drin. Ich fühle mich irgendwie jetzt ganz komisch. Das ist ein Anblick. Das ist ein wahnsinnig komischer Anblick. Ja, okay. Aber hier wenigstens ein Grund, ne? Ist irgendwie so tief gezogen hier. Das ist... Keine Ahnung, wie das ist. Konnte man da hier tatsächlich irgendwo runter? Oder... Wo ist das hier? Das sieht so komisch aus. Hier unten. Einfach nur das ganze Beton hier reingesammelt, wa? Okay, jetzt wollen wir nicht ablenken. Wir wollen... Searchen. Pow! Da haben wir tatsächlich was gefunden. Ja, ich verstehe es nicht. Aber kann mir jetzt egal sein. Dann gehen wir auch nochmal auf Spritzdor hier. Zack. Und wir haben schon wieder 18 Uhr. Und ein paar zerquetschte. Und die Tage schreiten voran. Jetzt geht es erstmal rüber in das fette Gebäude da hinten. So, wir haben jetzt... Oh, anderthalb Stunden habe ich jetzt schon... Oh, das sieht auch nicht gut aus. Das könnte... Ah, das... Ich glaube, das geht noch. Das fällt jetzt, glaube ich, nicht so schnell auseinander wie die anderen Gebäude. Hier könnten wir uns, wenn wir wollten, verschanzen. Wups. Oh, ich kann hier nicht hochspringen. Aber hier kann ich auch nicht hochspringen. Blöd. Gibt es denn einen Hintereingang? Äh, yes, it gibt. So, die kann ich sofort scrappen. Papers wollen wir nicht. Glas wollen wir nicht. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ich gehe mal hier rein. So. Und das erste, was wir machen, ist...